Die deutschen Automobilaktien werden heute massiv abverkauft, besonders stark hat das BMW getroffen mit über 10% an nur einem Tag. Das hat natürlich fundamentale Gründe, wie wir alle wissen, aber auch charttechnisch sieht es hier schon seit mehreren Monaten negativ aus und ich persönlich bin von so einem Abverkauf ausgegangen. Aus diesem Grund möchte ich mit euch heute 6 verschiedene Charts durchgehen. BMW, Mercedes-Benz, Porsche AG, Porsche SE, Volkswagen und Daimler Truck. Wir werden über die Preisziele sprechen, einige davon wurden inzwischen erreicht. Es wird also auch darum gehen, ob es jetzt Sinn macht, in diese Aktien einzusteigen, wenn nicht, wie weit es noch in den nächsten Tagen und Wochen runtergehen könnte. Wenn dir das Ganze gefällt, würde ich mich über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen und nach einem kurzen Intro springen wir in die Charts. Los geht's! Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Aktienanalyse. Im heutigen Video schauen wir uns ganze 6 Aktien an, darum nicht ganz so ausführlich, aber werden natürlich trotzdem über die Preisziele sprechen, wie es bei diesen Titeln weitergehen könnte und beginnen möchte ich mit BMW. BMW wurde ja heute rund 10-12% abverkauft, steht aktuell bei 69 Euro und das hat den ein oder anderen sicherlich überrascht. Die Aktie ist jetzt von ihrem letzten Hoch bei 115 Euro rund 40% abverkauft worden in den letzten Monaten. Das Hoch hat sie ja im Juni 2024 ausgebaut und seitdem sind wir eben aus diesem großen bärischen Rising Wage nach unten ausgebrochen. Genau davon sind wir auch bei uns im Discord in den letzten Monaten ausgegangen. Wenn wir uns hier mal die letzten Analysen zu BMW anschauen, zum Beispiel vom Oktober 2023. Damals hatten wir schon eine bärische Zielzone im Bereich der 87, 84 Euro. In diese Zielzone ist sie im weiteren Verlauf reingelaufen und es ist eben diese kleine graue Zone, die damals abgeholt wurde. Hier gab es nochmal ein Bounce, eine überschießende korrektive Bewegung und in dieser Phase haben wir erkannt, dass es sich hierbei um ein bärisches Rising Wedge handelt. Darum bin ich eben davon ausgegangen, dass BMW mittelfristig weiterfallen wird und habe hier die grobe Zielzone schon mal auf den Chart gebracht. Der Bereich zwischen 76 und 68 Euro. Man sieht es auch hier nochmal im Update vom 27. August. Und genau in diese Zone ist BMW jetzt reingelaufen, hat das zweite technische Preisziel heute punktgenau abgeholt, ist erstmal an diesem Preisziel stehen geblieben. Ich muss aber dazu sagen, dass ich aufgrund der aktuellen Marktstimmung davon ausgehe, dass BMW weiterfallen wird. Natürlich hat sie hier jetzt erstmal Support und könnte sich tatsächlich sogar kurzfristig erholen. Mittelfristig bin ich hier aber immer noch bärisch eingestellt, weil wir hier eben aus einem großen Rising Wedge rausgefallen sind. Das Preisziel aus so einem Rising Wedge ist in der Regel der unterste Punkt. Bedeutet, BMW könnte im weiteren Verlauf bis 36 Euro fallen. Ich persönlich sehe den wichtigen Support etwas weiter oben bei 53, 45 Euro. Da wird die Aktie langfristig sehr interessant werden, denn übergeordnet haben wir hier so eine Seitwärtsphase. Und in einer großen Seitwärtsphase, die wir hier schon seit mehreren Jahren haben, seit September 2010, ist es eben interessant, die untere Zone zu kaufen, also den Support zu kaufen, weil hier eine Trendwende wahrscheinlich ist, um die Aktie dann im weiteren Verlauf am Widerstand zu verkaufen. Wir hätten von hier unten bis hier oben rund 130 Prozent, die man mitnehmen könnte. Dafür muss BMW aber wie gesagt im weiteren Verlauf erstmal hier runterkommen. An dem übergeordneten Support Bouncen, da können wir gerne nochmal auf den Wochenchart gehen. Sie hat hier nämlich einen schönen Aufwärtstrend. Dieser Aufwärtstrend könnte uns im weiteren Verlauf noch einmal Support bieten. Und hier wird eine Trendwende, wie gesagt, immer wahrscheinlicher vom aktuellen Preisniveau sind es natürlich noch rund 30, 35 Prozent Downside Potenzial. Aber wer langfristig an BMW interessiert ist, für den wäre es durchaus eine interessante Kaufzone. Auch bei Mercedes-Benz bin ich schon seit einer längeren Zeit bärisch. Wenn wir uns im Discord zum Beispiel das Update vom 3. April anschauen, da stand die Aktie bei rund 74 Euro. Schon damals bin ich davon ausgegangen, dass es hier zu einem Abverkauf kommen wird. Erstmal bis 65 Euro, dann sehr wahrscheinlich in die Bereiche der 41 Euro. Im weiteren Verlauf haben wir gesehen, dass genau das auch passiert ist. Wir haben hier den ersten Abverkauf gesehen auf die 64, 65 Euro. Und dann ist die Aktie eben unter die rote Linie gefallen. In den letzten Wochen und Monaten tracken wir hier diese bärische Zielzone bei 60 Euro, 58 Euro und 55 Euro. Diese Zielzone wurde inzwischen abgearbeitet, denn Mercedes steht aktuell bei 55 Euro und 40 Cent. Also auch hier wieder punktgenau das dritte technische Preisziel erreicht. Kurzfristig ist es jetzt so, dass wir kurz vor einem Support stehen. An diesem Support könnte Mercedes erst einmal nach oben bouncen. Mittelfristig gehe ich aber trotzdem davon aus, dass wir diesen Abverkauf noch sehen werden. Sprich im weiteren Verlauf unter die 53 Euro fallen werden unter diese rote Linie. Invalidiert wird diese bärische Annahme, wenn die Aktie es vorzeitig schafft, die 200-Tage-Linie zurückzuerobern. Das heißt zum aktuellen Zeitpunkt über 66 Euro drüber zu laufen. Das aber ganz klar die geringere Wahrscheinlichkeit, die höhere Wahrscheinlichkeit haben wir aktuell für einen bärischen Ausbruch mittelfristig. Und dann würde ich eben die wichtigen Fibonacci-Niveaus beobachten bei 47 Euro. Das 50% Fibonacci, ganz ganz wichtig, das Fibonacci Golden Pocket bei 40, 38 Euro. Wir bilden hier nämlich übergeordnet ein Descending Broadening Wage und darum könnte es eben zu diesem Abverkauf kommen, sodass wir hier in dieser Zone auf einen Support stoßen und von hier aus dann mit einem Bullenmarkt weitermachen werden. Mit so einer Korrektur auf die 40 Euro könnte auch dieser gesamte Anstieg einmal ordentlich auskorrigiert werden. Das wäre für einen weiteren bullischen Verlauf sogar sehr gesund und übergeordnet gar kein Problem. Darum, wie gesagt, kurzfristig hier den Support beobachten, wer das Ganze kurzfristig traden möchte, falls sie hier im Bereich der 54, 53 Euro bouncen sollte, hätte sie ein bisschen Upside-Potenzial mittelfristig aber aufpassen, weil es hier mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einem bärischen Ausbruch kommen wird. Und dann werden im weiteren Verlauf die 47 Euro, 40 Euro und möglicherweise sogar 35 Euro interessant werden. Diamond Truck ist nach der schönen 130% Rally ordentlich abgestürzt. Zu dieser Aktie gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Sie ist ja noch sehr jung. Was es hier zu sagen gibt, ist, dass sie jetzt auf jeden Fall in einem wichtigen Support steht. Wir haben hier den Aufwärtstrend mit den Auflagepunkten im März 2022, September 2022 und jetzt eben der dritte Auflagepunkt, sollte der Kurs hier reagieren. Im Moment sehen wir noch keine Reaktion. Wichtig ist aber auch, dass wir hier das übergeordnete Fibonacci Golden Pocket haben. Wer sich ein bisschen mit den Fibonacci Levels auskennt, weiß, dass es sich hierbei um einen wichtigen Support handelt. Darum habe ich hier aktuell ein Setup, was man durchaus nutzen könnte, wenn man hier mit ein bisschen mehr Risiko unterwegs ist. Ich würde aber beobachten, ob der Kurs in dieser Zone reagiert. Falls ja, könnte man hier theoretisch long gehen mit einem Stop Loss unter der roten Linie bzw. unter dem letzten Tief. Falls sie hier nämlich reagiert, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass dieser Downtrend, in dem sie sich seit März 2024 befindet, als nächstes durchbrochen wird. Und dann könnte es durchaus bis zur 200-Tage-Linie hochgehen. Also eine Art Erholungsrally vom aktuellen Preisniveau sprechen wir hier von 20-25%. Mittelfristig muss man dann trotzdem vorsichtig bleiben, denn dieser Abverkauf war schon recht stark. Falls sie hier hochkommen sollte, könnte sie Probleme im Bereich der roten Linie spätestens an der 200-Tage-Linie bekommen. Denn hier haben wir diese ganzen Hochs, die mit Sicherheit wieder zu einem Widerstand werden. Darum, wenn man hier kurzfristig einsteigt, würde ich wahrscheinlich schon mit 15-16% Gewinn aussteigen. Aber im Moment wäre es noch ein bisschen zu früh, weil wir eben an diesem Support keine Reaktion sehen. Sollte sie im weiteren Verlauf diese Trendlinie durchbrechen, unter das Fibonacci Golden Pocket fallen, die rote Linie unterschreiten, könnte sie von hier aus weitere 13, eventuell sogar 20% fallen. Die nächsten übergeordneten Supports liegen bei 26 Euro am 78.6er Fibonacci und der letzte Support am 88.7er Fibonacci bei rund 23 Euro. Weiter geht's mit Volkswagen VZ. Steht aktuell bei 88,66 Euro und hat ebenfalls heute punktgenau unser erstes technisches Preisziel abgeholt bei 88 Euro. Ich habe die Preisziele seit Anfang August auf dem Chart. Es gab hier nämlich in den letzten Monaten ein bullisches Setup, welches nicht funktioniert hat. Als sie uns die bärischen Signale geliefert hat, habe ich eben diese beiden Ziele auf den Chart gebracht. 88 Euro und 80 Euro. Daran hat sich seit Anfang August nichts geändert, außer, dass die Aktie jetzt eben das erste Ziel erreicht hat. Aus meiner Sicht ist das jetzt eine extrem interessante Zone bei Volkswagen. Warum? Weil wir hier einmal diesen Support haben von diesem potenziellen Falling Wedge, welches zwar nicht sehr schön aussieht, aber an dieser unteren Support-Linie haben wir drei Auflagepunkte bis Oktober 2023 gehabt und jetzt könnte es eben zu einem weiteren Auflagepunkt im September 2024 kommen. Da hätte die Aktie durchaus noch 4-5% Downside-Potenzial bis zum zweiten technischen Preisziel sogar noch 9%. Die rote Linie darf im weiteren Verlauf auf keinen Fall unterschritten werden und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Wir gehen mal auf den Wochenchart und ich zeige euch, warum. Wir hatten hier nämlich einen Tiefpunkt im März 2020, wenn dieser Tiefpunkt unterschritten werden sollte. Und das ist ja insgesamt so eine sehr relevante Support-Zone. Und zwar seit April 2007, damals noch Widerstand, hier zum ersten Mal Support im September 2011, dann hier nochmal Support Oktober 2015 und eben im Abverkauf im März 2020. Wenn wir dieses Tief rausnehmen, haben wir hier übergeordnet ein ganz schlechtes Chartbild, denn übergeordnet würde es hier dann nach einem größeren Double Top aussehen. Und so ein Double Top kann sehr bärisch enden. Wenn wir uns hier mal die Fibonacci-Level anschauen, vom tiefsten bis zum höchsten Punkt, könnte ich es mir eben vorstellen, dass wir dann das 88,07er Fibonacci abholen. Man sieht es vielleicht nicht ganz so gut, aber das sind 54,88 Euro. Sprich von der roten Linie nochmal 27% Downside-Potenzial. Die rote Linie liegt ja genau am 78,06er Fibonacci. Also auch da nochmal ein weiteres Argument, warum es sich hierbei um einen wichtigen Support-Knoten handelt. Für langfristige Einstiege halte ich diese Zone also für sehr interessant. Man sollte aber wissen, dass wenn die Aktie nachhaltig unter diesen Support fällt, also die 77 Euro unterschreitet, dass man sich dann eben auf weitere Abverkäufe einstellen muss. 10, 20, 30% Minus wären dann mittelfristig definitiv möglich. Die Porsche SE ist mittelfristig nach wie vor bärisch, nachdem sie bereits im Juni etwas zu tief korrigiert hat und das letzte Tief getroffen hat, sind wir davon ausgegangen, dass dieser Doppelboden zwar halten könnte, sie mittelfristig aber weiter fallen wird, weiter in die Bereiche der 36,34 Euro. Genau diese kleine Erholung haben wir dann auch im weiteren Verlauf gesehen. Wenn wir uns die nächsten Updates anschauen, hier hat sich eine kleine Bärenflagge gebildet und aus dieser Bärenflagge sind wir nach unten ausgebrochen. Die nächsten Ziele lagen dann bei 38,36 Euro und 34 Euro. Ihr seht es hier, schon aktive Preisziele. Wenn wir jetzt auf den Live-Chat gehen, sehen wir, dass die 38 Euro abgeholt wurden. Danach gab es einen kleinen Anstieg. In diesem Anstieg habe ich im Discord geschrieben, dass ich eher davon ausgehe, dass Porsche an der Widerstandszone abgewiesen wird und somit weiter fallen wird in die Bereiche der 36,32 Euro. Auch das ist wieder genauso passiert. Sie ist nicht einmal bis zu der 42-Euro-Marke hochgekommen und dann kam schon der Abverkauf. Wir haben inzwischen das letzte Tief bei 38 Euro unterschritten. Das neue Tief liegt bei 37 Euro und aus diesem Grund gehe ich weiterhin davon aus, dass die Porsche SE mittelfristig fallen wird. An diesen Preiszielen würde ich mich nur mal ganz grob orientieren für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate. Damit meine ich, dass diese Ziele nicht als Kaufziele gemeint sind. Also man sollte sie nicht einfach blind kaufen, weil die Aktie eben noch viel Downside-Potenzial hat, verhältnismäßig viel für eine Porsche SE. Wir sprechen hier von maximal 20% Downside-Potenzial. Warum 20% und nicht nur bis zu diesem dritten technischen Preisziel? Das möchte ich euch auch mal übergeordnet zeigen. Denn hier ist es ja so, dass Porsche SE in so einem Broadening Wedge Pattern tradet und das schon seit Tag 1. Die obere Widerstandslinie wurde dreimal als Widerstand bestätigt. Einmal hier, einmal im März 2015 und das letzte Mal im Juni 2021. Vom Hochpunkt ist die Porsche SE inzwischen übrigens 63% gefallen. Man sieht also das Chance-Risiko-Verhältnis, wenn man ganz langfristig denkt, ist im Moment schon gar nicht so schlecht. Die Aktie hat aber noch ein bisschen Downside-Potenzial, wenn sie diese unterer Support-Linie tatsächlich noch einmal antesten sollte. Wir hatten hier den Auflagepunkt im März 2020, den ersten Auflagepunkt im Februar 2009. Und ich kann es eben nicht ausschließen, dass sie hier nicht nochmal 20% runterläuft. Diese rote Linie als Support bestätigt und erst von hier aus die nächste größere Rally startet, die dann durchaus in die Bereiche der 107, 110 Euro gehen könnte. Auch Chance-Risiko-Sicht, aber nur wenn man langfristig denkt, also nicht ganz uninteressant, wenn wir sogar dieses letzte Tief mitnehmen, ein Downside-Potenzial von 25%. Sollte es hier aber tatsächlich so kommen, dass die in diesem Support-Bereich nachhaltig drehen sollte, dann haben wir halt ein Upside-Potenzial bis zum letzten Hoch oder bis zu diesem Hoch von rund 150, 160%. Und wenn sie die obere Widerstandslinie noch einmal anlaufen sollte, sogar 185%. Und zu guter Letzt die Porsche AG. Hier sprechen wir schon seit Mai dieses Jahr über dieses große Falling Wedge. Eigentlich ein bullisches Pattern. Wir hatten hier einen bärischen Ausbruch innerhalb von diesem bullischen Pattern am 17. Mai. Da bin ich eben davon ausgegangen, dass die Porsche AG weiter fallen wird. In diese Zielzone bei 72 Euro bis 66 Euro. Da sind wir auch im weiteren Verlauf reingelaufen. Ich bin davon ausgegangen, dass es hier zu einer Kursreaktion kommen wird. Es kam zu einer Kursreaktion. Die Aktie ist danach rund 15% gestiegen, allerdings nicht nachhaltig. Und wenn wir uns jetzt mal den Live-Chart der Porsche AG anschauen, dann finde ich das Ganze recht interessant. Warum? Weil wir nach wie vor in diesem bullischen Falling Wedge traden. Der nächste Support-Bereich, da sie ja jetzt das letzte Tief unterschritten hat, liegt im Bereich der 63 Euro. 61 Euro, das wird nochmal eine sehr interessante Zone werden. Auf dem Tages-RSI sehen wir inzwischen sogar eine bullische Divergenz seit Januar 2024. Der Preisverlauf bildet nämlich tieferer Tiefs und tieferer Hochs, während der RSI höhere Tiefs bildet. Und das könnte sich mittelfristig ausspielen. Dafür muss die Aktie uns aber natürlich die ersten bullischen Signale liefern, die wir aktuell noch nicht sehen. Im Moment ist sie wie gesagt kurzfristig bärisch. Ich würde jetzt ganz genau auf diese Zielzone achten. 63 Euro, 61 Euro. Wie verhält sie sich an dieser unteren Support-Linie? Sollte sie hier wieder bullisch reagieren, will ich sie mindestens über 71 Euro sehen. Wenn wir dieses hoch rausnehmen, ist die nächste Station an der 200-Tage-Linie im Bereich der 78 Euro. Und erst wenn sie es schafft, die 86 Euro zu durchbrechen, was ja eine sehr wichtige Widerstandszone ist, übergeordnet, dann können wir über einen potenziellen Bullenmarkt sprechen, weil wir dann eben auch aus diesem bullischen Falling Wedge nach oben ausbrechen würden. Auch hier also nicht uninteressant. Der Abverkauf vom April bis Juli war recht impulsiv. Die letzten Abverkäufe waren schon nicht mehr ganz so stark. Es könnte sich hier also so langsam um eine Bodenbildungsphase handeln. Muss man aber wie gesagt beobachten. Ich möchte jetzt noch nicht zu bullisch werden. Je nachdem, wie sie sich verhalten wird, werde ich die Charts wie gewohnt bei uns im Discord updaten. Wenn ich persönlich einsteigen sollte, werde ich dir auch Bescheid geben. Wenn du also an täglichen Updates interessiert bist im Bereich Aktien, Kryptowährungen und Rohstoffe, schau auf jeden Fall bei uns im Discord vorbei. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Und wenn dir das heutige Video gefallen hat, vor allem, dass ich hier sechs Aktien mit reingenommen habe in dieses kurze Update, dann unterstütze mich sehr gerne mit einem Daumen nach oben. Lass ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Analyse auf dem Kanal. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.